Recht herzlich willkommen zur 38. Folge von Towns, die zweite Staffel. So, letztes Mal hatten wir irgendwas bei 13, Happiness ist immer noch so. Können wir mal laufen lassen, ne? Können auch eine Geschwindigkeitsstufe schneller werden, denke ich. So, der Berg war weg, da haben wir auch ganz viel Zeug. Wir hatten hier unten, ja, haben wir jetzt schon zwei stehen. Dann brauchen wir noch einen dritten, der wird aber dann noch gebaut. Und da sollten wir vielleicht mal überlegen, ob wir da nicht welche an der Arbeit kriegen. Das müssen wir nämlich, glaube ich, hier machen. Einer, machen wir zwei ruhig, oder? So, und dass das wegkommt. Nur, ich weiß nicht, ob die das machen, ne? Die laufen gerade, wer weiß, wohin und holen da Knochen aus der hintersten Ecke, oder wie sehe ich das? Ne, die haben da Mehl geholt. Vom Nachbarn geklaut, ne? Ne, das waren wahrscheinlich hier so... ...Evil Badger, oder so, ne? Und da passiert schon was. Hm, hm. Ist das vom Berg runtergefallen, oder war das unten runter? Weiß auch keiner, ne? Hier haben wir lecker Radieschen. Können wir die eigentlich nicht abernten? Müsste gehen, oder? Jo. Vielleicht wachsen die auch wieder, ne? Dann brauchen wir keine Anpflanzen, aber ist jetzt auch egal. Laufen welche rüber und machen das? Ja. Okay. Jetzt laufen die weit weg und das ist nicht gut, oder was? Elf. Tja, keine Ahnung. Zehn. Was macht hier unser Dach? Ist auch schon bald zu, ne? Runtergefallen ist wohl nix. Wir müssen nur... Ich glaube, wir können alles in Auftrag jetzt geben, ne? So. Wollen wir mal hoffen, dass das fertig wird, ne? Ah. Ach, wieder nicht draufgeklickt auf die Shift-Taste, ne? Machen wir mal so. Gucken, was passiert. Da ist schon ein Loch gestopft. Ja, über irgendwelche Schränke laufen sie dann dahin, ne? Ich weiß gar nicht, wie das hier mit der Treppe ist. Hatten wir doch... Ach, ist auch noch nicht mal gemacht. Etwa schwierig. Happiness ist 15. Steinlager ist da. Oh, guck mal, da wurde gerade eine Deko gemacht. Die kommt hier hin, ne? Oh, cool. Okay. Ändert sich aber nix. Wird da noch mehr gemacht? Ja, tatsächlich. Die Deko ist gerade dran, ne? Oh, wird schlechter, ne? Wer will schon Blumen pflanzen? Hm. Kommt aber keiner wieder und macht die Blumen. Okay, da ist was. Hier geht's auch zu. Ja, das Dach wird mehr zugemacht. Okay. Hier haben wir schon was für den Aufgang gemacht. Aber da unten passiert nix. Naja. Da steht einer und macht gar nix. Doch der hat gerade Holz gefällt, okay. Dann passt das ja doch. Was macht denn hier unser... Oh, nix, ne? Schön wär's gewesen, wenn wir da mehr hätten, ne? Iron Long Sword. Und was macht unser Ding jetzt hier? Sag schon, unsere Fackeln. Sollten Dreier gemacht werden, werden auch nicht gemacht. Kohle, Holz, Holz. Kriegen wir hier denn ein Lager hin mit Kohle? Da soll Eisen rein. Hm, wird auch nicht so wirklich gemacht. Achso, steht dran, was da drunter ist, okay. Aber welche steht nicht dabei, aber auch egal. Zone? Ne, Stockpile wollte ich haben. Müsste hier drunter laufen. Machen wir mal so. Dann managen wir das Ganze. Und dann sollen sie die Kohle da mal eintragen. Mal gucken, was da passiert. Wahrscheinlich gar nix, aber ist egal. Okay, da wird erstmal die Erde weggeschafft, oder was? Tatsächlich. Auch nicht schlecht. Hier ist das Dach. Und nicht ganz fertig. Da ist ein Loch. Fünf Stück. Passt aber noch alles. Da kommt gerade eins. Aber wurde da gebaut. Gut. Dann wird auch da gebaut. Okay, nochmal zwei. Zwei. Zu und. Ah, der war hier unten. Vier noch. Gut. Da unten passiert was. Guck mal, hier sind schon vier hängen gekommen. Da kommt eine Tür. Krass. Dann sollten wir vielleicht mal überlegen, dass wir die nächsten Räumlichkeiten hier zumachen. Entweder alle, oder machen wir Raum für Raum. Oder hier zu. Da kommt wieder ein Teil. Es fehlen noch drei, vier Stück insgesamt mit dem da. Hm, 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 hm. Fässer sind leer. Und die auch. Das Fass ist auch leer. Die Brote liegen daneben. Auch schön, ne? Manage. Da ist ein Brot drinne. Da sollen aber eigentlich Äpfel rein. Die da auch nicht reingelegt werden. Hm. Würde mich interessieren, ob die schneller verschwinden, wenn man sie so hinlegt, oder wenn man sie im Stockpile hat. Lass uns schnell einen Foodstockpile machen. Jetzt weiß ich gar nicht, das ist falsch. Raw Food war das, ne? Denk ich mal. Manage Stockpile. Nee, doch nicht. Doch nicht. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Und da sind die Bären. Lass die da auch rein. 4, 2, 4, 6. Also 4 mal 6 ist 24. Pass. Nein, eine Bärne ist schon drinne. Und da ist sogar der dritte Ofen schon gekommen. Müsste nur welche das entsorgen, ne? Elf ist Happiness. Hier tut sie nicht ganz viel. Da auch nicht. Karawane kommt. Müssen wir aber weiterlaufen. Wofür ist das gut? Hm. Keine Ahnung, ne? Jetzt ist es weg. Hier steht auch glaub ich was falsch, oder? Kann das sein? Hätte einen weiter nach hier gemusst, ne? Oder da. Da passt's noch. Naja, egal. Die Karawane wird wohl da sein. Der bringt ganz viele Sachen mit. Essenssachen. Die nehmen wir. Die nehmen wir auch. Fangen wir von unten an. 780. Was möchte er dann erstmal haben? Das wäre ja auch noch wichtig zu wissen, ne? Das ist schon alles. Eigentlich müssen wir dem dann gar nichts geben, ne? Komm, handeln wir und ist gut. Und läuft nicht weiter. Jetzt läuft's weiter. Da sind Fass hingekommen. Kann das sein? Gut. Jetzt läuft's. Wie ist es mit dem Dach? Fehlen noch zwei. Ach, das ist ein Held, der da steht, ne? Wird wohl sein. Das Essen holen sie gerade. Passt also. Und da sind Steine ein paar raus. Hier fehlt's immer noch. Wahrscheinlich immer noch an den... ...Ni Torch. Aber nur noch eine. Da waren zwei, glaube ich, ne? Ja, da fehlte Fackel. Gut. Hier ist aber alles prima erstmal. Da fehlen auch Fackeln überall. Wahrscheinlich zu viele Aufträge hier. Ja, gucken wir tiefer. Hier gibt's das Eisen und so. Da kann man sogar weiterentdecken. Da geht's ins Wasser. Ist ja richtig geschön, ne? Da ist die Kohle. Die wollen wir noch haben für die Fackel. Okay. Gut. Das können wir ruhig so lassen. Es sind immer noch zwei. Es steht gerade wieder alles. Das heißt, irgendwas anderes muss passiert sein. Naja, zwei Spinnen kommen. Wow. Gut. Zwei Löcher müssen hier noch gestopft werden. Und ich würde sagen, wir machen's dann hier mit einem erstmal, ne? Ist einfacher wie die ganze Fläche, glaube ich. Ist das irgendwas schief gelaufen? Ist das, äh... Ne. Ist kein Dach runtergefallen. Fehlen einfach zwei Löcher. Oh. Die können da irgendwie nicht rüber, ne? Dann sollten wir vielleicht überlegen, dass wir hier so eine Verbindung mal herstellen, oder? Das ist schlecht gelaufen. Wir hoffen, da sind auch welche, die das jetzt schnell machen, ne? Ja, schade, der erste ist gestorben. Äh, da ist das gleiche in grün dann auch noch, sehe ich gerade. Dann müssen wir das so machen. Tja, ob da noch einer was baut? Hm, könnte sein. Ja, kommt da nicht hin, ne? Oder? Ja, dann brauchen wir jetzt auch keinen mehr machen, ne? War auch schön. Dumm gelaufen. Beide gestorben. Schade. Gut, was wollte ich gucken? Ach so, ob die Löcher dazu sind. Eins ist nur noch offen, okay. Gut, dann würde ich aber erstmal sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr jetzt nächstes Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.